Hallo, mein Name ist Peter Gosch, ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft der Firma APA Network mit Sitz in Wien, Hamburg und Graz. Wir sind Lösungsanbieter in dem Bereich Marketing-Resource-Management, Enterprise-Marketing-Management. Und wir haben letzte Woche am 1. Oktober 2010 unsere neue Lösung gelauncht mit Marment, Marment.com. Mit Marment.com gehen wir einen neuen Weg in diesem Bereich. Wir bieten jetzt unsere Lösung als Plattform an, in der Cloud, als SAS-Lösung. Relativ einfach und simpel, Sie gehen auf die Webseite, lösen einen Test-Account, 30 Tage frei testen. Sie steigen dann ein pro User, das geht mit einem User los. Sie können hochskalieren, beliebig, wie es für Ihr Unternehmen passt. Wir decken damit den ganzen Bereich von Marketingplanung, Marketingbudgetierung, Marketingsteuerung, Prozessmanagement ab. Die Lösung ist ausgelegt für KMUs und für Enterprise-Kunden. Das Ziel von Marment ist, so ein Marketing-Ekosystem aufzubauen. Das heißt, es gibt unsere Basis, es gibt Add-ons im operativen Marketing. Im Laufe des nächsten Jahres wird es den Marment Marketplace geben, wo auch andere Anbieter ihre Lösungen dann dort platzieren. Und Mitte nächsten Jahres gibt es dann das Marment API. Da gehen wir den gleichen Weg wie die App-Stores, dass andere Anbieter auf unserer API ihre Ideen verwirklichen und dort positionieren. Ziel ist es, mit dieser Lösung international sich zu positionieren. Das Ganze gibt es in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch wird folgen. In diesem Sinne freuen Sie sich mit uns auf Marment und besuchen Sie uns auf der Webseite, lösen Sie einen Test-Account. Und ich bin sicher, Sie werden begeistert sein.